Die Nasenkorrektor ohne OP, einer der häufigsten Eingriffe, die wir hier in der Regel durchführen. Die Patientin kommt hier bereits das zweite Mal zum Aufbau. Es wird diesmal nur noch die Nasenspitze und der leichte Nasenhöcker oben behandelt. Die Patientin kennt das Ergebnis bereits und freut sich darüber, dass es auch so lange bei ihr gehalten hat. Sie darf natürlich jetzt noch nicht so viel lachen, damit die Spitze schön in der oberen Position bleibt. Das gilt aber nur für heute und für den Folgetag. Man sieht sehr schön, dass die Nasenspitze wieder hoch angehoben ist und der kleine Nasenhöcker, da ist noch genug Präparat drin. Also das haben wir jetzt nur noch etwas weiterhin stabilisiert. Den Höcker sieht man eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich denke, das ist ein schönes Ergebnis, wie sich das auch von uns bisher gewohnt ist. Und dieses Ergebnis hat sie jetzt auch bekommen und ist, denke ich, darüber auch sehr, sehr glücklich.